Herzlich Willkommen Leute zu Rangie! Guckt mal! Guckt mal hier, guckt mal hier! Ich habe zwei Stäbe! An einem Stab ist so ein cooler Edelstein und der andere hat hier diese coolen Bändchen. Nichtsdestotrotz, wir wollen starten. Oh! Hey du! Das ist ja cool. Ich bin jetzt auf seinem Arm. Ist dieses Gefühl normal, dass man sich so sicher in deiner Gegenwart fühlt? Ich möchte nicht von dir weg. Du bist mein Freund. Ich möchte bei dir bleiben. Ich habe das Spiel bisher noch nie gespielt und ich habe keine Ahnung was uns erwartet. Jedenfalls ist dort hinten gleich mal der Stargate. Und unser Freund verlässt uns scheinbar. Das ist sehr liebevoll gemacht, muss ich sagen. Hold down the primary trigger and aim at the block. Ich möchte mich erstmal hier umgucken. Ich habe einen Stab mit dem ich so einen Strahl schießen kann. Damit kann ich eigentlich nicht viel machen. Aber er sieht schick aus. Ich könnte mit Katzen spielen. Aber ich kann damit auch nicht wirklich was zerstören mit meinem Laserstrahl. I'm a firing my laser! I'm a firing my laser! Ich weiß nicht, ob ich den Rätsel gewachsen bin. Das dürfte doch kein Problem sein für LionTube den Rätselmaster. Okay, ich merke schon das wird knifflig. Also knifflig auch wieder nicht. Leute wir rennen hier durch. So, das war das schwerste Rätsel. Vor allem die Musik. Als ob ich so blöd wäre. Ich glaube das ist alles noch so ein bisschen zum Aufwärmen. Die richtig krassen Brecher, die kommen dann im Anschluss. Ah, der geht nach oben. Ich glaube das Aufwärmen ist vorbei. Ich glaube ab jetzt wird es kompliziert. Oder auch nicht. Moment mal. Was passiert? Was passiert hier? Was ist das für ein Hühnerbein? Mit einem Ring? Ein Hühnerbein mit einem Ring? Das ist ja ekelhaft! Moment mal. Das ist doch nichts! Erstmal da hoch gehen. Dann können wir das hier damit verbinden. Das hier damit verbinden. Und schon haben wir das auch gelöst. So, das Tor dürfte sich jetzt direkt öffnen. Wir schauen aber erstmal nach oben. Was es da so gibt. Und schon vibriert wieder unser Hühnerbein. Ekelhaft. Kann man schon noch Sachen sammeln. Okay. Das Hühnerbein sieht im Licht noch ekliger aus. Was sieht sich das an? Oh oh. Hey du! Nehme ich gefälligst wieder mit! Okay, das verbinden wir damit. Das Tor müssen wir öffnen. Dann gehen wir mal hier lang. Wir können dann kurz hierher. Jetzt haben wir die Audienz bei ihm. Oh go go! Oh go go! Oh go go! Oh go go! Oh. Oh go go go! Oh go go go! Ah, here we go! So, wir müssten jetzt eigentlich alles verbunden haben. Jetzt wieder zurück. Jetzt müssen wir hier wieder. nur noch Energie wieder zufügen hier läuft ja der Lichtstrahl rüber und hier wird er irgendwie abgeschnitten keine Ahnung warum vielleicht ist es da oben weiß immer noch nicht was dieses Hühnerbein mir zu sagen hat was willst du denn von mir vielleicht zeigt es an dass hier wieder irgendein Relikt in der Nähe ist könnte das sein ok wir müssen erstmal hier die Energie zufügen oh was willst du denn von mir ok hier konnten wir es schon mal verbinden wir gehen erstmal hier runter ah ja er zeigt uns die Relikte an merkt das schon ok und damit haben wir es eigentlich schon so das hier ist gelb jedoch brauchen wir gelb scheinbar scheinbar hätte es der andere Strahl auch getan also wäre es egal gewesen die Rätsel werden immer schwerer das in einem Rätselspiel das in einem Rätselspiel ok die Rätsel werden auch anders aus oh oh ah das ist eine neue Art des Rätseltons ok oh jetzt müssen wir hier irgendwelche Linien zusammenfinden zusammenstecken so das klingt doch noch mit einem Planer ne so Achtung ah 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 so was willst du uns sagen Stein warum leuchtest du so verdächtig warum leuchtest du so verdächtig aber feierig mal laser gehen wir mal einen Schritt zurück gehen wir hier hoch von oben können wir besser sehen Anakin ich stehe deutlich über dir jetzt müssen wir noch die hier miteinander verbinden ok so so jetzt haben wir Energie dürften wir es ja eigentlich geschafft haben ne es fehlt nur noch ein Teil ein Puzzleteil fehlt uns noch das muss noch mit Energie versorgt werden oh wir haben es geschafft irgendwie hat es nur geklemmt boah das wird immer imposanter wow wow ok die Puzzleteilchen werden scheinbar immer komplizierter ich glaube wir müssen hier sowas tun warte so so ok aber ok 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 Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie wir die Energie am besten transportieren. Dann müssen wir hier nach oben, zack und zack, das haben wir schon mal verbunden. Ok, den hier müssen wir mitnehmen und da hochquetschen. Ok, here we go, den brauchen wir auch noch. Ok, hier wird sich noch eine versteckt. Here we go. Ah, das liegt da runter. Jawohl, jetzt dürfen wir es eigentlich geschafft haben. Das dürfen wir alles haben und es hat sich geöffnet, das Scargate. Stargate. Ok Leute, das soll es mit diesem Angespielt gewesen sein. Ich möchte euch nicht noch mehr spoilern. Wer dieses Spiel besitzt, einfach mal anspielen und die Rätsel versuchen zu lösen. Bis zum nächsten Mal, euer LineTube. Tschüss. Tschüss.